Ah, wir gucken mal. Ja, prinzipiell können wir das so machen. Wie gesagt, das machen wir dann alles in Ordnung. Das werden wir hier schick machen. Zum Glück habe ich weichen Fall. Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt am besten hin? Weil jetzt ist auch dabei. Ah, okay, dann willkommen zurück. Dann muss ich das natürlich so teutonieren. Hm, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das machen soll. Alle, hopp. Das doof ist, der Reaktor steht da ganz hinten. Ich muss hier mal Fackeln setzen ganz kurz, dass wir so ein bisschen was sehen. Es soll hier ja schon ein bisschen düsterer sein. Ähm, schlafe gerade bei der Freundin, äh, die aber noch schläft. Schreibt Jill. Ja, das ist doch eine super Sache. Aber ich denke mal, die wird ja bald aufstehen. Es ist halb elf, halb elf. Schau dich sehr gerne, weil du mich, äh, leicht an Gronk erinnerst. Und ich Gronk, äh, manchmal schau. Warum schaust du dann nicht Gronk mehr? Also wenn du Gronk magst, also ich finde den auch sehr cool. Ähm, lieber Destrock, äh, da wäre es natürlich auch sinnvoll, äh, da zu schauen. Wieso hast du eigentlich die Karpner-Treppe leer gelassen? Äh, weil, ihr Stinchen, das machen wir noch. Es wird Dor... Dorijan ausgesprochen. Dann Entschuldigung, lieber Dorijan. Entschuldigung. Ich meine, den... Ich meinte im Stream-Mod. Du sprichst meinen Namen richtig aus. Schreibt mein Nies. Dankeschön. Das freut mich. Äh, Dorijan, ähm... Wie meinst du das mit den Mods? Also ich kann die Mods mal ganz kurz zeigen für euch. Ich mache das ja immer wieder gerne. Ich muss mal vielleicht irgendwann eine Liste machen. Hier habt ihr das. Bitte macht einen Screenshot. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr alle wisst, wie man einen Screenshot macht. Das ist ja kein Hexenwerk generell. Ähm, ansonsten einfach die Druck-Taste drücken. Ich scrolle jetzt hier durch. Ihr macht immer wieder frisch Fotos, Fotos, Fotos. Dann habt ihr alle Mods. Ich, wie gesagt, anbieten darf ich sie nicht. Habe dich abonniert, aber, äh, wurde nicht angezeigt. Schreibt, äh, Nice Games. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Das sind eure YouTube-Einstellungen, beziehungsweise Google-Plus-Einstellungen. Ähm, da mal gucken. Ähm, mir... Mir werden auch nicht alle... Alle Abos in, ähm, YouTube angezeigt. Also ich habe dann zwar die Abo-Zahl, aber ich sehe nicht alle Namen. Ich sehe nicht alle Namen. Das geht aber nicht nur mir so, das geht auch anderen so. Ähm, das liegt daran, irgendwo habt ihr eine Einstellung an, die, ähm, ja, datenschutzmäßig so ist, dass das wohl nicht weitergegeben wird. Ich kann es ehrlich gesagt, äh, nicht genau sagen, woran das liegt. Ich kann nur sagen, dass es damit zu tun haben muss. So, jetzt habt ihr alle Mods gesehen. Anders kann ich es nicht machen. Ähm, der NXT Primo 2.0 ist da. Moin, was machst du denn in dem Stream? Ja, der geht ja schon eine ganze Weile. Wir sind ja schon auf über zwei Stunden in der Sendung. Wir haben den Reaktor umgesetzt, äh, Holz gefarmt. Wir werden auch weiter Holz farmen. Äh, ja, sowas machen wir halt heute in diesem Stream. So ist, sowas ist heute angedacht. Jetzt legen wir erstmal eine Leitung und ich fürchte, wir haben immer noch nicht genug. Wir müssten Stahl farmen. Ich schließe den erstmal einfach an. Ne, da kommen wir nicht hin. 44 Blöcke, da kommen wir niemals hinten hin. Glaube ich nicht. Ich würde ja erstmal ein einfaches System machen. Wir werden das Kabel später anders legen. Nur prinzipiell sollten wir halt gucken, dass wir jetzt erstmal möglichst, ja, möglichst sparsam mit den Ressourcen umgehen. Oh. Dann gehen wir noch einen hoch. Nein, das war ganz schlecht. Das ist doppelt schlecht. Ah, wir müssen nochmal hoch. Lieber Primo, wir haben 50 Sekunden Verzögerung im Stream. Wenn du schreibst, dann dauert das 50 Sekunden, bis ich überhaupt darauf antworten kann, wenn ich es gesehen habe, weil meine Internetleitung nicht die allerbeste ist. Äh, nein, ich meinte nicht die Ingame-Mods. Äh, ich meinte in Stream, damit ich böse Nachrichten löschen kann. Ach, du meinst Moderatoren. Ja, es gibt einen Moderator. Äh, du meinst den Moderator. Ähm, aber du kannst es nicht einfach so werden. Das, ähm... Das geht nicht. Das habe ich da missverstanden. Dann, Entschuldigung. So, wir bauen uns hier mal rüber. Ich glaube mir, den Kabel reicht. Das ist nur eine vorübergehende Lösung. Wir werden mittelfristig Kabel nachmachen. Und dann sollte das kein Problem sein. Das ist jetzt nur eine Notlösung hier. Und ich hoffe, dass das reicht. Und nicht an ein Kabel nachher scheitert. Eigentlich sollte das reichen. Wir gehen jetzt nochmal hoch, schließen das O-Mann. Und wie gesagt, ist nur eine Notkonstruktion. Werden wir dann auch noch machen. Äh, ähm... Meinte, ob es ein Chat-Moderator sein darf. Ja, habe ich gerade verstanden, Kogi. Danke aber trotzdem für den Hinweis. Und, äh, die Antwort ist, nein, genau. Das ist richtig. Also, wenn es jetzt danach geht, äh, jeder, der hier vorbeigekommen ist und nachher Moderator fragt, ich hätte jetzt, äh, ungelogen, ungelogen, wir hätten mindestens 25 Moderatoren. Würde das einen Sinn ergeben? Nein. Äh, ja, Abos auf Privat. Dann werden die Abos nicht angezeigt. Ja, dann liegt das nämlich daran. Dann müsstest du das umstellen. Dann tauchst du auch um ein Band an. Daran liegt das dann. Lieber, ähm, nice game. Games. Das liegt dann nur daran. Wie gesagt, da habe ich dann keinen Einfluss drauf. Dann, ähm, wollt ihr das ja nicht zeigen. Und dann ist das leider wirklich so. Heyo, habe, äh, ich was verpasst? Fragt Kevin. Ja, ein bisschen was. Es hält sich in den Rahmen. Wir haben den Reaktor weggemacht. Ein paar Bäume abgeholzt. Äh, das kann ich jetzt gleich mal machen. Wir brauchen ja das Holz. Dann könnt ihr immer frisch nachwachsen. Im Haus ein ganz klein bisschen gebaut. Ähm. Und ein Kabel verlegt. Es geht. Es ist überschaubar. Ah, nee. Und wir haben den Steinbruch gebaut. Wir haben ja den Steinbruch. Der Steinbruch arbeitet. Da will ich gleich mal hingucken. Ähm. Ja. Ein bisschen was hast du doch scheinbar schon verpasst. So. Ich holz das nur ab. Wie gesagt, die können dann nachwachsen. Wir brauchen das Holz. Ähm. Sturmkind schreibt Moin. Ja, Moin. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und, äh, MavMav07 fragt, wie lange geht das Stream noch? Ja, 12, 13 Uhr, denke ich mal. Dann bin ich aber auch wirklich Akku leer. Und auch du. Herzlich willkommen. Und schön, dass du da bist. Und Elias auch. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Das ist ja hier heute Holla. Es geht wieder hier zur Sache. Sehr schön. Das freut mich. Äh, Jasnin hat geschrieben, hast du schon einen Plan, mit was du die Treppen füllen magst? Nee, noch nicht. Ich hab's ja wirklich rausgeschoben, weil ich mir nicht sicher bin, mit was ich die Treppen machen will. Äh, aber wahrscheinlich Holz. Also Steintreppen im Haus, äh, was nur aus Holz besteht, ist dann vielleicht ein bisschen... Ja, ich müsste nur mal gucken, dass passende Holz finden. Das wäre halt das Spannende. Äh. Shit, bin eingeschlafen, schreibt der liebe Olli. Ja, Olli, das ist natürlich schlecht. Aber hast du es ja wieder geschafft. Und der Askan ist da und schreibt, hi. Ja, auch du bist herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Äh, wo war denn das? Irgendwo muss ich das Kabel hier runter, ne? Hier war das. Ich weiß, wir können hier mit Fassaden später arbeiten und, und, und. Jetzt aktuell können wir es halt nicht. Das heißt, ähm... Ähm, wie mach ich denn das jetzt am schlauesten? Dann können wir das hier irgendwie ein bisschen besser machen. Oder ich lasse das Kabel hier rumgehen, an der Wand, ich weiß noch nicht. Ist, wie gesagt, nur ein Provisorium. Ich brauche Zeit, ich erinnere mich an dich. Ich erinnere mich an dich. Oh mein Gott, seid ihr groß geworden? Äh, ja, ja, das stimmt. Ähm, in den letzten zwei Tagen sind es jetzt, würde ich schätzen, fast... Also, ich weiß, wir haben gestern über 100 Abonnements bekommen. Und, ähm, ja, unendlich viele Zuschauer. Also, unglaublich. Ja, also, wir wachsen momentan sehr schnell. Was mich auch sehr freut. Danke dafür an alle. Äh, Robster345, du erinnerst mich irgendwie an Gronkh. Das sagen ganz viele. Ist, wie gesagt, für die Stimme, das ist angeboren. Ähm, der Crash-Dyler. Der Name ist sonderbar. Hat er einen besonderen Grund? Schreibt, hallo, schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Wird mich mal interessieren, ob der Name einen besonderen Grund hat. Bist du, bist du Testfahrer oder ich weiß es nicht. Würde mich einfach nur mal so aus Neugier interessieren. Wenn du magst, kannst du dir antworten. Wir müssen jetzt mal folgendes machen. Ich hab was vergessen. Den brauchen wir nämlich noch. Boah, hier ist es aber auch dunkel. Das heißt, hier machen wir auch mal Licht hin. Ich sehe hier nichts. Und wenn ich nichts sehe, seht ihr auch nichts. So, sieben Stück haben wir. Ich hoffe, das reicht. Aber, ja, mit der Fackel, wenn ich Fackeln setzen könnte, würde das reichen. Ja, das reicht. Sehr schön. Dann haben wir nämlich hier einen Stromspeicher zwischen. Darum ging es mir, dass der da ist. Äh, und wir müssen mal gucken. Output, Output. Das war schon mal nicht richtig. Das muss ich jetzt mal kurz durchprobieren. Ich weiß immer nicht, wie rum hier was ist. Wo ist hier oben, wo ist hier unten, man weiß es nicht. Es wird nicht weniger. Ja, gut. Müssen wir jetzt ja auch nicht machen. Ah, warte mal. Ich kann doch rausfinden, welches das ist. Output. Ja, ist ja auch egal. Wir lassen uns jetzt erstmal so. Können wir uns immer noch drum kümmern. Ich hätte meine Freunde jetzt mit ihren Hund. Ja, Jill, dann viel Spaß dabei. Mach dich aber nicht unbeliebt. Kannte dich mit 97 Abos. Und jetzt 553. Schreibt, brauche Zeit. Ja, das ging, wie gesagt, sehr, sehr schnell. In den letzten zwei Monaten sind... Also ich weiß, wir waren vor zweieinhalb Monaten 57 Leute hier in dem Kanal. Vor zwei Monaten. Das stimmt, das ging jetzt sehr schnell. Oder zweieinhalb Monaten. Das stimmt. Ähm... Hi Leute, schreibt Orbit Corbett. Auch ein sehr schöner Name. Sehr rund klingt. Ähm... Auch du bist herzlich willkommen. Spider-Man 84 07 13. Ich denke mal, das wird ein Geburtsdatum sein. Habe dich abonniert. Dankeschön. Ich würde mal sagen, ähm... Wir haben heute den 15. Hattest du vor zwei Tagen zufällig Geburtstag? Fragezeichen. Und Crash Tyler schreibt... Nee, hat keinen Grund. Hätte er sein gekonnt. Hätte er sein können, wenn es eine Geschichte dahinter ist. Aber ist natürlich auch so ein schöner Name. Okay. So, das läuft. Das ist alles angeschlossen. Jetzt müsste nur der Strom mal hochgehen. Das wäre noch das Einzige, was irgendwie funktionieren müsste. Das Kabel ist es. Input, Output. Es geht raus. Also eigentlich müsste oben das System laufen. Also ich muss das obere nehmen. Der Würfel liegt scheinbar. Ich sehe das nur hieran. Das Kabel ist weg. Das wäre ein Input. Einen Input brauchen wir nicht. Hier soll es raus. Von allen Seiten rein. Also hier auch von Reaktorseiten soll es reingehen. Und hier soll es rausgehen. Ich gucke mal, ob oben der Computer läuft. Würde mich mal interessieren. Jill, ähm... Ich gehe dann jetzt... Tschüss. Ja, tschüss. Auf jeden Fall. Tschüss, Wochenende. Genießt das Wochenende. Die sind ja immer so schnell vorbei. Mal gucken, ob der Strom jetzt hier oben ankommt oder ob irgendwas noch schief läuft. Ne, Strom kommt hier nicht an. Diese brummende Maschine nervt mich. Ich logge mich mal kurz aus und wieder ein. Mal gucken, ob das nur ein Soundbug ist. Vorhin haben wir da Kohle reingeschmissen. Klar, dass der da halt Geräusche macht. Aber das sollte natürlich nicht unendlich so sein. Ja, jetzt ist es weg. War einfach nur ein Soundbug. Verstehe ich nicht. Warum? Ach, ich muss den ja auch einstellen. Jetzt ist die Frage, wie steht der? Input. Jetzt geht es. Jawohl, das System läuft. Sehr schön. GamingNotes schreibt, hi. Geiler Stream. Dankeschön und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, jetzt sehen wir hier den Strom langgehen. Sehr schön, es läuft. Es läuft perfekt. Und der Speicher sollte ewig halten. Und ganz ehrlich, zur Not haben wir hier was nach. Von diesem gelben Zeug. Gelorium heißt das, glaube ich. Die Antwort, lieber GamingNotes, sollst du dir doch selber geben können. Ganz ehrlich, man wird doch nicht einfach so Mod. Jetzt mal ganz im Ernst. Geh doch mal zur Bank hin und sag, werde ich hier Banker? Was werden die dir wohl sagen? Ähm... Der... Nee, erstmal... Luca schreibt, ich habe Ferien. Oh, dann schöne Ferien. Das ist natürlich super. Dann hast du ja jetzt ein bisschen Zeit zum Entspannen in den nächsten Wochen. Erstens, man spricht es 84, also 8407713 aus. Und zweitens, nee, hatte Mai. Okay, dann Entschuldigung, Spider-Man. Ich dachte, das sollte ein Geburtsdatum sein. Dann habe ich das missverstanden, beziehungsweise ein Geburtsdatum. Dann Entschuldigung, Spider-Man 840713. War nicht böse gemeint. Ähm... Und der GamingNotes möchte wissen, ähm... Geil, was das für ein Mod? Live in the Woods, beziehungsweise... Tausend andere. Habe ich heute aber jetzt schon zwei, dreimal gezeigt. Ähm... Einfach im Stream nochmal ein bisschen zurückspulen. Ähm... Kogi, oh Mann, immer die... Ja, mit den Moderatoren ist halt ein bisschen schwierig. Ich werde es in Zukunft einfach unbeantwortet lassen. Ich habe mir das auch schon überlegt. Fand das aber selber dann immer sehr unhöflich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage kommt ja so oft am Tage. Ja. Dass ich das vielleicht in Zukunft einfach komplett unbeantwortet lasse. Eine Sache. Eine Sache, warte mal. Das können wir hier umschüsseln. Dann kann der auch rein. Wir machen jetzt mal die Taschen leer. Und dann gehen wir mal nach dem Steinbruch gucken. Dun, 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 dun. Das Holz kann drin bleiben. Die Karten, das lassen wir erstmal. Das kann weg. Die Schaumfe brauchen wir mal. Die Endersachen können da rein. Ich glaube, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich hau die rein. Wahrscheinlich war es der größte Fehler, die da jetzt gerade reinzuhauen, weil ich sie nie wieder finde. Aber... Was soll's. Jetzt kriegen wir nämlich auch das da alles rein. Oh, wir haben noch Fichtenholz. Sehr schön. Ich hau da jetzt alles rein. Ich hab da jetzt nicht so den Nerv, dass das da so... Ihr versteht schon. Universalis-Bars-Kabel. Ich weiß nicht, wir hauen da alles rein. Alles geht da jetzt rein. Dafür haben wir das System. Gut ist, dass wir so viel Fichtenholz haben. Den Pulveresierer und so. Diese Maschinen können wir nochmal behalten. Die müssen wir natürlich irgendwo aufstellen, unten. Resin kann weg. Die Ender-Perle kann weg. So. Das, das, das. Und das Feuerzeug schmeiß ich, glaube ich, weg. Ganz ehrlich, das ist so abgenutzt. Ich kann jederzeit ein neues machen. Was will ich jetzt dieses Feuerzeug hier aufheben? Das geht da auch mal rein. Chat muss ich jetzt mal auch lesen. Wie geht's? Wie steht's? Bist cool. Mach weiter so. Schreibt, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Gigantoix. Gigantox. Gigantox. Entschuldigung. Ja, danke schön. Und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und Gaming Notes schreibt, dass es 17 ist. Ja, dann wird es mit einem Mod eh schwer. Als Mod muss man eh mindestens 18 sein, weil es werden ja auch Spiele gespielt, die für Erwachsene sind. Und, wie gesagt, aber Moderator werde ich in Zukunft auch gar nicht mehr eingehen. Der Ara schreibt, Ara Wuden schreibt, Hi, ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Kogi, sei mir nicht böse, aber das, ähm, wir wollen uns gegenseitig ja nicht hier, ne? Wir wollen ja miteinander. Nicht schlimm, kannst, äh, mich Spidey nennen. Ja, das, äh, versuchen wir mal zu merken mit Spidey. Klingt natürlich auch sehr cool. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal zum Steinbruch. Wir gehen jetzt mal zum Steinbruch. Wir haben jetzt hier die ganzen Klamotten. Oh Gott, da haben wir noch die ganzen anderen Sachen. Das kann jetzt erstmal hier rein vom Bau und so. Wir werden die Taschen jetzt brauchen. Wir gehen jetzt mal zum Steinbruch. Es ist Nacht. Wir legen uns ins Bett. Und dann gucken wir mal, was der Steinbruch, äh, so, wir kommen hier immer durch die Wand durch, ich weiß auch nicht warum, so macht. Ähm, hey, schreibt Floppy Copy. Ja, hallihallo, lustiger Name. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Oh, ich kenne mich die alten Floppy Disc. Ähm, und die Elias schreibt, ähm, du kannst mit den Mods ja auch einfach, äh, in einem Video, beziehungsweise in einer Stream-Beschreibung schreiben und dann unbeantwortet lassen. Danke für den Tipp, finde ich eine gute Sache. Ich glaube, das werde ich auch mal machen. Ähm, ich werde einfach mal, ich, ich muss mich, glaube ich, mal ranzitzen, so eine Mod-Liste machen. Ich komme, glaube ich, nicht drum rum. Ähm, mal gucken. Gib mir ein, zwei Wochen Zeit dafür. Und, Jessnienchen, äh, wäre auch nicht schlimm, äh, wenn du auf solchen FAQs nicht immer antwortest. Entweder du brauchst, äh, baust eine kleine FAQ und der beschrieben, oder... Ja, genau, sowas hat ja auch gerade Elias, äh, Elias, Entschuldigung, Elias geschrieben, sowas ähnliches. Ja, werde ich auf jeden Fall mal machen. Äh, let's stream, bist du gekommen? Nein, bin ich nicht, nicht verwandt, nicht verschwiegert. Sagt ja auch immer wieder, danke fürs Kompliment, wenn da irgendwie Verwechslungsgefahr besteht, ist es beunabsichtlicht. Äh, Spider, kannst du deine Geschichte erzählen? Ähm, wie du mit YouTube angefangen hast? Entschuldigung, wegen Räuspern. Ich muss gleich mal was trinken. Kann ich gleich machen. Nice stream, schreibt, äh, ledix13. Herzlich willkommen, schönes Labels. Ich trinke mal kurz was. Die Modfrage ist ja nicht die einzige. Ständig auftaucht, ähm... Ja, stimmt, das könnte ich mal alles machen. Ich glaube, ich mach das mal. Ich glaube, ich werde es mal machen. Ich werde mal so eine kleine FAQ machen, aber ein, zwei Wochen brauche ich Zeit dafür. Jetzt das Wochenende ist wieder so ausgebucht. Ich habe bis 13 Uhr Zeit und dann ist mein Wochenende voll. Und, äh, Lea Alina schreibt, Hallo, ja, herzlich willkommen. Ich muss dazu sagen, ähm, ich schaue ja ganz gern Formel 1. Die Standardzuschauer wissen, dass die jetzt schon ein paar Tage dabei sind. Ich spiele auch ganz gern Formel 1 Spiele. Am Wochenende ist Formel 1. Und ich habe das gerade so geschafft... Oh, Entschuldigung, ich kann hier Mikro kommen. Gerade so geschafft, zeitlich zu arrangieren, dass ich jetzt überhaupt gucken kann. Äh, das war schon krass. Also, ähm, das Wochenende ist picke, packe voll. Streamst du jetzt den, äh... Jeden Morgen Minecraft, fragt Kevin. Nein. Wenn ich Zeit habe, ja, ähm... Ich habe in den letzten Wochen eigentlich schon jeden Morgen gestreamt und jeden Nachmittag gestreamt. Das wird aber nicht auf unendlich so weitergehen. Ich habe gerade, ähm, ja, wie soll ich sagen? Gerade habe ich ein bisschen mehr Freizeit. Das wird sich aber bald auch wieder ändern. Äh, bald heißt in ein, zwei Monaten. Ähm, dann werde ich nicht mehr Streams über Streams machen können, leider. Ich würde es gerne wollen. Aber man muss auch realistisch und ehrlich sein, mit 557 Abonnenten, die wir gerade sind, also mit einer Community von 557, schafft man es nicht annähernd, nicht annähernd, ähm, Berufs-Let's-Player zu werden. Wäre natürlich hammergeil, aber sind wir ehrlich, es ist unrealistisch. Wir wachsen schnell und rasant hier. Das ist super und das, äh, motiviert mich umso mehr. Aber es ist trotzdem unrealistisch. Achso, wir können da jetzt mal hinreisen, während ich rede. Es ist trotzdem unrealistisch, äh, zu glauben, dass das reicht. Also ich habe... Ich habe einen Bericht gelesen, dass da stand, man sollte 500.000 Abonnenten haben. Was mache ich hier? Äh, um, um ungefähr davon leben zu können, von YouTube. Natürlich ohne Merchandise, ohne alles. Das wäre dann halt... Mit weniger, wenn man Merchandise hätte und so, habe ich nicht, habe ich auch keine Ahnung von. Und ich will auch niemandem das Geld aus der Tasche ziehen. Was ist denn hier los? Warum kann ich das nicht... Hä? Irgendein Bug hier. Ich muss nochmal ausloggen. Also, ähm, von daher, der Fahr... Was? Fahrrad? Fahrrad geklaut? Ist da Fahrrad geklaut worden? Schreibt, hey, ich hoffe, dein Fahrrad ist noch ganz und da. Schreibt, hey, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Leannis, äh, ich habe dich jetzt abonniert. Dankeschön. Soziale schreibt, hallo. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Noch darf man es ja sagen. Ja, jetzt können wir hier reisen. Sehr schön. So, und dann gehen wir da mal hin. Hier ist unsere Pyramide. Ah, der macht auch das hier. Okay, ich verstehe. Der macht auch nach oben hin. Okay, das wusste ich gar nicht, dass der auch nach oben baut. Ein Steinbruch, der nach oben arbeitet. Zumindest bis zu einer gewissen Rage. Also, hier zumindest ist er witzig. Wir gucken mal. Er scheint fertig zu sein. Ist finished. Steht hier, ist finished. Und der lädt jetzt hier seinen Akku auf. Ja, ich sag mal, besondere Sachen haben wir nicht gefunden. Ich habe die Zäune zu Hause, ne? Ich habe leider die ganzen Zäune zu Hause jetzt. Wir hätten das ganze Gebiet vergrößern können. Wir nehmen mal diesen ganzen Grümpel mit. Leider nicht wirklich spektakulär. Es kommt ein bisschen Kohle, ein bisschen Eisen, ein bisschen Salz. Aber abgesehen davon, sehr low. Ähm, Spidey schreibt 560 haben wir. Uh, okay, das kann sein. Ich müsste den Livestream mal aktualisieren. Das Bild hängt da gerade irgendwie bei YouTube. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Danke für den Hinweis. Ja, aber das reicht trotzdem nicht zum Berufslesplayer, muss man sagen. Also, da muss man realistisch sein. Das heißt, ich muss natürlich auch einer Arbeit nachgehen. Irgendwovon muss ich ja leben. Und, ähm, darum, äh, ich mache das nebenbei so auch Spaß. Wie gesagt, aktuell habe ich jetzt gerade sehr viel Zeit. Aber das ist nur eine kurze Phase halt. Das wollte ich nur allen Neuen mit auf den Weg geben. Äh, die Leute, die hier schon zwei, drei Wochen sind, kennen das schon. Äh, TheNoHand schreibt, hi, ja, hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und, äh, Fahrradgeklaut schreibt, äh, Fahrrad ist noch ganz und da. Danke, der Nachfrage. Ja, gern geschehen. Ähm, macht man sich natürlich gleich seine Gedanken bei so einem Namen. Dann hoffe ich, dass du kein Fahrrad geklaut hast. Das wäre der böse Gedankenzug daran gewesen. Ähm, aber ich hoffe, dass du eine ehrliche Person bist. Das, äh, wäre sehr wünschens- und lobenswert. Ich gehe jetzt mal davon aus. Kevin, bin wahrscheinlich die ganzen Ferien nicht da und kann dann keine Streams und Videos mehr gucken. Erst wieder nach den Ferien. Ja, aber YouTube ist ja nicht alles, Kevin. Dann genieß es, wo auch immer du bist, genieß es. Mach das Beste daraus. Am Ende, am Ende musst du halt gucken, dass du Spaß hast. Und man kann ja auch ohne YouTube Spaß haben. Das ging früher wirklich. Früher, ich weiß noch, in meiner Kindheit, 1825 war es. Ich entsinne mich, als wäre es gestern. Ja, da gab es noch kein YouTube. Nein, so alt bin ich natürlich nicht. Aber 1825, oh mein Gott. Ich wäre ein Greis. Ähm. Nein, Lukas. Nein, bin ich nicht. Trotzdem danke der Nachfrage. Danke, Kevin, für schnelle Antworten. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall ist das hier unsere Testpyramide für alle, die jetzt hier neu sind. Ich möchte es mal ganz kurz sagen. Das hier ist unsere Testpyramide. Das heißt, hier machen wir Experimente drin. So habe ich mir das mal gedacht. Ich habe die Pyramide mit euch vor drei, vier Tagen gebaut. Ähm. Und das ist unser Testgelände. Das heißt, hier drin testen wir Maschinen. Hier drin testen wir, was wir testen wollen. Wollen wir irgendwelche Spawner testen? Wir können auch Spawner bauen. Ich weiß nicht, wie das geht. Die Möglichkeit haben wir durch Ende.io. Ähm. Dann können wir hier auch Spawner testen und so. Also das ist hier die Testgeschichte, unser Testgelände. Und sollten wir das irgendwann nicht mehr brauchen, dann würde ich hier, ähm. Dann würde ich hier in der Tat ein Labyrinth reinbauen und vielleicht irgendwo eine Mumie, in Anführungsstrichen Mumie, äh, platzieren, die man finden kann, wenn man durch ein Labyrinth hier geht. Äh, vielleicht baue ich auch ein paar Fallen ein oder so. Das kriegen wir ja alles hin. Ähm. Bin ich immer, habe auch nichts geklaut. Ja, weiß ich, war auch Spaß. Ähm. Habe ja gesagt. Also ich bin vom Positiven ausgegangen. Meine Oma hat leider kein WLAN. Oh, das ist schlecht. Ja, das stimmt. Dann, äh, geht das mit YouTube nicht. Jonas ist wieder da. Ja, hallo und schönen guten Morgen. Schön, dass du wieder da bist, Jonas. Ähm. Was wollte ich sagen? Also dann würde ich hier vielleicht mehrere Ebenen, Kammern reinmachen. Ähm. Dass man hier drin vielleicht auch sterben kann. Das würde ich vielleicht auch so machen. Und würde irgendwo mit dem NPC-Mod, den wir hier haben, ähm. Ich weiß gar nicht, wie heißt der NPC? Ich weiß gar nicht, wie der genau heißt. Guten Morgen, der Brian ist da. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass du wieder da bist. Auf jeden Fall würde ich dann hier eine Mumie damit platzieren ins Glätt. Eine Mumie kann man damit, glaube ich, nicht machen. Ähm. Und die würde ich dann hier irgendwo platzieren oder so. Das würde ich aber am Ende machen, wenn das mit Tests abgeschlossen ist. Dann, äh, kann man sich hier drin verlaufen und gegebenenfalls auch hier drin sterben. So ist das, äh, angedacht. Ja, so viel dazu. Wir können ja mal, ich kann ja mal, wir sind sehr viele neue. Ich zeige euch mal die Welt. Ich hoffe, dass es in Ordnung ist. Ich zeige euch mal, was wir bis jetzt gebaut haben. Das ist ja schon einiges. Äh, ich laufe das mal ab. Leider habe ich jetzt gerade kein Pferd, kein Sattel mit. Sonst könnten wir uns irgendwo auch eins, ähm, holen. Aber, das passt. So unendlich groß sind die Wege gar nicht. Ich muss mal gucken. Jetzt muss ich in die Richtung. Um den See hier rum war das genau. Wee. Ja, der Klumpi, äh, der muss an seiner Aussprache, äh, arbeiten. Das löschen wir mal. Den sperren wir auch mal. Ähm. Ja, leider sind manche geistig nicht ganz auf der Höhe. Die wollen wir dann natürlich nicht im Kanal haben. Die sollen sich dann Gleichgesinnte suchen. Also, scheinbar hat diese Person ja auch, äh, gewisse Erfahrungen, wenn die sowas schreibt. Also, ciao. Ich habe ihn schon gelöscht. Entschuldigung, dass ihr jetzt ledesen musstet. Ich konnte nicht so schnell lösen. Äh, löschen. Lösen. Ich bin sehr müde, wie gesagt. Äh, Kenny schreibt, hey, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ähm. Ich mache mal ganz kurz Tag. Ich zeige euch mal die ganze Welt. Die ist ja doch schon ein bisschen bebaut auch. Ähm. Vielleicht habt ihr noch Ideen, was wir dann noch, ähm, noch bauen können. Auch das könnt ihr dann gerne hier, äh, in den Kommentaren schreiben. Freue mich ja immer, wenn ihr da Vorschläge habt. Ein bisschen was haben wir schon. Da sieht man schon das Erste. Wie gesagt, hier die Pyramide. Man kann die fast sehen von, von Philipp aus. Oder wir können sie wahrscheinlich sogar sehen. Ist ja cool. Das wusste ich gar nicht, dass das so nah ist. Das ist das Haus von meinem Freund Philipp. Und wer jetzt denkt, Freund, es ist ein Kumpelfreund. Ich weiß, der eine oder andere denkt gern zweideutig. Ja, auf jeden Fall, ähm, müssten wir mal hier reingehen. Das ist sein Häuslein, was er gebaut hat. Er spielt hier mit. Ich zeige vorher mal ganz kurz. Der hat hier so einen kleinen amerikanischen Keller, wollte er haben. Ähm. Der Brian schreibt, wie du und deine Abonnenten wachst. Von einer Woche hattest du noch 335 Abonnenten. Jetzt sind es fast das Doppelte. Ja, das geht schnell. Das stimmt. Was bringt das Sterben, wenn du Philipp auf dem Server ist? Fragt Kevin. Ja, erstens, ähm, muss ich natürlich sagen, habe ich, äh, nie gesagt, dass ich diese Welt nicht am Ende auch mal veröffentlichen werde. Das spricht nichts gegen. Ähm, kann ich mir durchaus vorstellen. Will es aber auch noch nicht versprechen. Will mich da nicht, äh, festnageln lassen. Sein Tinker-Schmiede. Giesler. Er hat hier auch ein bisschen Verstecke. Will ich, ich will euch das jetzt nicht alles zeigen. Das ist Philipp sein Reich. Das, oh, wer denn da rumkommt. Das kann Philipp euch irgendwann auch mal zeigen. Der spielt hier ja manchmal mit. Streamt hier dann auch manchmal. Ähm, dann kann er sicherlich das euch auch nochmal zeigen. Also, das ist erstmal das eine. Ähm. Und zweitens, ja, für Philipp wäre es ja auch ein Erlebnis. Beziehungsweise, es heißt ja auch nicht, dass hier niemals andere mitspielen werden. Na, das, äh, vielleicht werden wir, wir wollten ja mal ein, zwei raussuchen, die hier mitspielen. Hat er hier oben schon was gebaut? Ich glaube nicht. Nee. Ähm, das ist ja auch noch eine Sache, die im Raum steht. Und, ähm, die können denn da sterben. Also, wie gesagt, da, ähm, ist ja alles offen. Ah, hier ist das Badezimmer. Muss ich das gleich nochmal zeigen. Wirklich jetzt. So, hier haben wir das Badezimmer. Ich lese mal kurz den Chat. Und, äh, 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 ich lese mal kurz den Chat.